Kurt Ward war ein deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer. Ward besuchte die Schule in Leipzig und studierte nach dem Abitur 1899 an der Universität Leipzig. Im Januar 1903 legte er das Lehrerexamen ab und unterrichtete seitdem an der Nikolai-Schule in Leipzig. Am 16. März 1907 wurde er an der Universität Leipzig mit einer Dissertation zu Isokrates promoviert. Er legte zahlreiche Übersetzungen antiker Autoren vor. Veröffentlichungen Die Isokrates quer vor und her Epistoles questions selecte Dissertation Leipzig 1907 Die Chateleisei Antike Quellen zur Geschichte der Germanen Zusammengestellt, übersetzt und erläutert von Kurt Ward Vier Bände Vogtländer, Leipzig 1912 bis 1919 Zweite Auflage 1916 bis 1920 Die Chateleisein Flüssigkeit Die Chateleisein inspires Wir proposals